Wir alle können tagtäglich Morde als auch schreckliche Gewalttaten im Internet verfolgen, selbst auf sozialen Plattformen, welche behaupten, sie seien so sicher und würden immer aufpassen, was hochgeladen wird. Wenn das wirklich so wäre, dann wäre dieser Fall, über welchen wir heute sprechen, nie so populär geworden, wie er nun geworden ist. Denn es geht um ein 14-jähriges Mädchen namens Claire Miller, welche, nachdem sie ihre Schwester brutalst ermordete, über 11.000 neue Follower auf TikTok generierte. Wie es überhaupt dazu gekommen ist und was allgemein passiert ist und weswegen das Ganze auf TikTok so einen riesen Trubel gemacht hat, über all das werden wir heute sprechen. Doch ich würde sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Denn wir werden heute über den verstörenden und grausamen Fall von Claire Miller sprechen. Ein junges Mädchen, welche ihre 19-jährige Schwester auf brutalste Art ermordete. Dieser tragische Fall und grausame Geschichte hat letztes Jahr stattgefunden. Im Februar im Jahr 2021. Doch so ein bisschen Hintergrundwissen zur Familie. Es war eine vierköpfige Familie namens Miller. Wir hatten Mark und Mary Miller, welche eben die Eltern waren und zwei wunderschöne Töchter hatten. Eine Tochter namens Helen Miller mit 19 Jahren, dazu kommen wir gleich, und Claire Miller mit 14 Jahren. Man muss dazu sagen, dass die Eltern sich sehr gut um ihre Kinder kümmerten. Ihnen war es sehr wichtig, dass ihre Töchter gute Bildung bekommen, dass sie gut aufgehoben sind, weswegen Claire Miller auf einer Privatschule war, wo man eben auch monatlich dafür zahlen muss. Man muss dazu sagen, dass Helen, die ältere Schwester, nicht in der Lage war, viele Dinge selbst zu tun. Denn sie saß im Rollstuhl und hatte eine sehr starke und schwere Behinderung. Weswegen sich eben die Eltern immer sehr viel Zeit für Helen nahmen und Claire natürlich auch mithalf, weil eben Helen nicht alles alleine machen konnte. So gut wie gar nichts, um ehrlich zu sein. Sie saß eben in diesem Rollstuhl gefangen und war eben auf ihre Familie angewiesen. Die Familie lebte in Pennsylvania und letztes Jahr, um genau zu sein, am 21. Februar sollte etwas passieren, was die Familie für immer verändern wird. Man muss noch dazu sagen, dass Claire Miller die Klassensprecherin war. Sie hatte auch einen TikTok-Account, in welchem sie sehr viele Sachen hochloot. Oft auch eher so Anime-Sachen, ja, aus verschiedenen Animes, bestimmte Szenen, auch gewisse Themen, über welche sie sprach. Und auf dem ersten Blick war dieser TikTok-Account ein ganz normaler Account, was er auch bis zum 21. Februar war. Denn, wie schon gesagt, veränderte diese Nacht alles. Denn es war die Nacht des 21. Februars gegen 1 Uhr morgens, als Claire nach unten in die Küche ging, sich ein Messer schnappte, nach oben in das Schlafzimmer ihrer älteren Schwester Helen ging und anfing, wie wild, auf sie einzustechen. Es hört sich sehr absurd an, ich weiß, aber genau so hat es stattgefunden. Sie ging also in das Schlafzimmer und fing an, auf das arme Mädchen einzustechen. Grundlos, muss man dazu sagen. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Grund. Und man hat dann später auch rausgefunden, Helen hat dann so ein Kissen genommen, hat ihr das aufs Gesicht gelegt, damit sie ihr Gesicht nicht sehen muss, während sie das tut. Und ganze 8 Minuten später rief sie die Polizei an und sagte ganz hysterisch, ich habe meine Schwester umgebracht, ich habe meine Schwester umgebracht. Woraufhin die Polizei ca. 5 Minuten später schon vor der Haustür stand. Und dort fanden sie auch schon Claire Miller. Direkt vor dem Haus, im Schnee und überall, der ganze Schnee war rot, weil sie eben ihre Hände, die blutigen Hände, ja, im Schnee quasi gewaschen hat und sich versucht hat, dieses ganze Blut von den Händen mit dem Schnee abzureiben. Daraufhin ist die Polizei natürlich direkt ins Haus rein und dort fanden sie zu diesem Zeitpunkt leider schon den leblosen Körper von Helen Miller. Sie versuchten sie sogar zu reanimieren, doch der Versuch scheiterte kläglich. Sie war blutverschmiert, hatte mehrere Stichwunden und ein Kissen über ihrem Gesicht, wie ich vorher schon gesagt hatte, dass Claire ihr dieses Kissen übers Gesicht stülpte. Die Polizei machte das natürlich weg und konnte relativ schnell sehen, dass das Messer immer noch in ihrem Körper steckte, denn das Messer steckte noch immer im Hals. Ja, nach mehreren Versuchen, sie zu reanimieren, scheiterten sie natürlich kläglich, da, wie schon gesagt, Helen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Leben war. Und Claire Miller wurde am selben Abend noch von der Polizei mitgenommen, kam auf die Wache und nur einige Zeit später wurde sie auch verurteilt. Und da muss ich ganz kurz noch was dazwischenreden, denn in Pennsylvania läuft das Ganze mit dem Strafrecht so ein bisschen anders ab und ab, also wenn du über zehn Jahre alt bist, besteht die Chance, dass du nach Erwachsenenstrafrecht bestraft wirst und genau das hat man für Claire vorgesehen. Denn man sagte, die junge Dame ist 14, sie hat ihre Schwester umgebracht und scheint extrem psychisch krank zu sein. Und weswegen man dann eben beschloss, sie soll nach Erwachsenenstrafrecht bestraft werden, was ich persönlich extrem heftig finde, weil ihr müsst euch mal überlegen, klar, es ist eine sehr schreckliche Tat, gar keine Frage, aber sie ist noch ein kleines Kind, ja. Ich meine, mit 14, da ändern sich die, man ist mit 14 einfach noch nicht erwachsen, vor allem auch noch gar nicht reif im Kopf, das ist jetzt gar nicht irgendwie böse gemeint an die Leute, die 14 sind oder jünger, sondern man ist einfach noch nicht so reif und man wird erst erwachsen. Und ich finde sowas auch sehr angsteinflößend, weil ihr müsst euch mal überlegen, die junge Dame ist 14 Jahre alt und es kann jetzt sein, muss ich auch an der Stelle sagen, das Urteil ist noch nicht gefallen, sie wurden natürlich des Mordes angeklagt, aber man hat noch nicht das Urteil gefällt und es kann halt jetzt passieren, dass ihr lebenslange Haft droht, bis zuhin sogar die Todesstrafe, was ich jetzt aber nicht glaube, aber es wäre möglich. Und das ist halt irgendwie total crazy, weil ich muss mir überlegen, das Mädchen ist 14, gut inzwischen ja schon ein bisschen älter, aber Todesstrafe? Also ich habe das jetzt nur mal so in den Raum geworfen, das wurde nicht gesagt, dass sie die Todesstrafe bekommt oder was sie allgemein für eine Strafe jetzt erhält, aber man kann auf jeden Fall mit lebenslanger Haft rechnen. Zudem hat man auch gesagt, dass sie definitiv eine psychiatrische Betreuung benötigt, denn alle sind der Meinung, sie scheint nicht mehr ganz dicht zu sein, weswegen sie auf jeden Fall, ja, neben der Haftstrafe natürlich noch eine psychiatrische Betreuung benötigt. Ja, sie sitzt bis heute noch immer hinter Gittern und wartet auf das Urteil, denn das ist bis heute noch nicht gefällt und das ist alles noch so ein bisschen im Laufe. Man weiß nicht, was sie bekommen wird. Viele rechnen damit, dass sie sogar eine lebenslange Haftstrafe bekommen könnte, weil eben das Strafrecht dort eben ein bisschen anders abläuft in Pennsylvania, weswegen sie eben wie ein Erwachsener behandelt wird. Ja, und nur ganz kurz nach ihrer Tat ging sie auf TikTok extrem viral, denn es sprach sich natürlich überall rum. Alle wussten auf einmal, Claire Miller ist eine Mörderin, sie hat ihre Schwester umgebracht und hat einen TikTok-Account und die ganzen Leute stürmten auf den Account, wollten Sachen rausfinden, schauten sich ihre Videos an. Unter anderem tauchten sehr merkwürdige Videos auf, von welchen man bis heute nicht genau klären kann, ob Claire diese wirklich hochgeladen hat oder ob man sich da irgendwie nur irgendwo verrannt hat und Leute Sachen vertauscht haben. Aber anscheinend soll es Videos auf Claires Account gegeben haben von einem Szenario, wo du quasi mitten in der Nacht ein Giraffenplüschtier, welches ebenfalls im Blut getränkt ist. Sehr viele assoziieren dieses Video mit dem Account von Claire. Ob das Video jetzt wirklich von ihr aufgenommen wurde, ist schwierig zu sagen. Andere sagen, dass nachdem Claires Account gelöscht wurde, diese Videos erst entstanden sind von anderen Accounts und es ist schwierig zu sagen, was jetzt wirklich dahinter steckt. Nichtsdestotrotz finde ich es extrem krass, dass all diese ganzen Videos, die auf Claires Account waren, unter anderem auch anscheinend dieses Giraffen-Video, dass diese Videos extrem lange noch auf TikTok sichtbar waren und TikTok einfach nichts dagegen gemacht hat. Ich finde halt, der TikTok-Algorithmus und TikTok spricht ja immer davon, dass sie so sicher sind und wir passen auf unsere Nutzer auf, dass da nichts Böses gezeigt wird. Aber wie kann es dann bitte sein, dass ihr diese Videos so lange auf TikTok lasst? Und jetzt kommen wir zum Knaller. Denn kurz nach dem Mord generierte Claire Miller auf TikTok mehr als 11.000 Follower. Das müsst ihr euch mal überlegen. Es sind über 11.000 Menschen auf ihr Profil gegangen, die sich gedacht haben, oh, der folge ich jetzt, das ist ja super cool. Das müsst ihr euch mal überlegen. Denn sie hat ihre Schwester umgebracht und Leute sind auf diesen Account gegangen und haben ihr gefolgt. Und sie hat nur kurze Zeit nach dem Mord über 11.000 neue Follower gehabt. Das ist, die heutige Generation ist einfach, das ist so crazy irgendwie. Ich kann es, ich kriege es einfach nicht in den Kopf. Das ist so geisteskrank. Und ja, nichtsdestotrotz hat es eine ganz schöne lange Zeit gedauert, bis TikTok tatsächlich Claires Account gelöscht hat. Es hieß, weil sie eben gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hat, ob es wirklich so ist, man geht eben davon aus, dass eben diese Videos, die Claire hochgeladen hatte, die sind halt eben viral gegangen, weswegen TikTok dann die Alarmglocken geleuchtet haben und sich gesagt haben, oh, das ist ja nicht rechtens, sollten wir vielleicht lieber löschen. Nichtsdestotrotz wurden die ganzen Videos von Claire natürlich runtergeladen und es gab ganz viele weitere Accounts auf TikTok, die eben ihre Videos re-geuploadet haben und somit ist das so ein Teufelskreis, weswegen ich immer sage, Social Media ist mega gefährlich. Passt immer auf, was ihr auf Social Media hochladet, denn es kann immer sein, dass irgendeine Person es runterlädt und es für immer hat und es immer wieder veröffentlichen kann. Und so war es bei Claire Miller genauso. Die Tat wurde vollbracht, der Account wurde gelöscht, doch es wurden immer wieder neue Accounts erstellt, in welchen die Videos hochgeladen wurden. Und wie schon gesagt, droht Claire jetzt wahrscheinlich eine extrem heftige Haftstrafe nach Erwachsenen-Strafrecht. Später kam auch raus, dass Claire gesagt haben soll, dass sie entweder jemanden umbringt oder sich selber umbringt. Und wenn das nicht funktioniert, dass sie jemandem das Leben nimmt, dann würde sie sich selbst das Leben nehmen. Das war das, was sie gesagt hatte, weswegen sehr viele Leute auch davon ausgegangen sind oder auch die Leute vor Gericht haben dann auch gesagt, sie stellt schon so eine kleine Gefahr dar, weil sie eben diese Intentionen hat, jemandem etwas zu tun. Sie hat schlussendlich jemandem etwas getan, ihrer Schwester. Und ja, der Fall ist bis heute noch nicht geklärt. Sie wartet, wie gesagt, immer noch auf ihre Strafe. Und wann das Ganze passiert, können wir so nicht sagen. Ich bin sehr gespannt, was für einen Verlauf dieser Fall haben wird, ob sie jetzt tatsächlich nach Erwachsenen-Strafrecht verurteilt wird, was zu 99% sicher ist. Was für eine Haftstrafe sie bekommen wird, das werden wir alles im Laufe der Zeit irgendwann rausfinden. Wir wissen ja, solche Prozesse dauern immer sehr, sehr lange. Doch kommen wir nun ganz kurz noch zu zwei Theorien. Theorien, weswegen Claire Miller dies getan hat. Beziehungsweise drei Theorien. Theorie 1 ist, dass sie eben sehr stark an Depressionen litt und eine sehr starke mentale und psychische Störung hatte, weswegen, wie schon gesagt, sie damals ja auch meinte, hey, entweder ich bringe jemanden um oder ich bringe mich selber um. Und dieser Drang, einfach genau dies auszuführen, so hoch war, dass sie es eben ihrer Schwester antat. Theorie 2 ist, dass sie eifersüchtig auf ihre Schwester war und der Meinung war, hey, ich will genauso viel Aufmerksamkeit von Mama und Papa bekommen wie meine Schwester. Und das soll sie einfach genervt haben und sie war so eifersüchtig, dass sie sich gesagt hat, ich werde meiner Schwester jetzt das Leben nehmen, damit sich meine Eltern nur auf mich konzentrieren, damit es nur noch mich als ihr Kind gibt. Und die letzte Theorie ist, dass Claire alle entlasten wollte. Das hört sich sehr hart an, aber das ist eine Theorie, die man im Internet sehr oft liest, dass Claire das Leben ihrer Schwester genommen hat, damit es ihrer Schwester quasi besser geht, dass sie nicht mehr dieses Leid tragen muss und somit auch die Eltern und sich selber entlastet. Weil die Eltern ja, wie schon gesagt, sehr viel Zeit mit Helen verbracht hatten, da sie natürlich behindert war und Hilfe benötigt hat. Und Claire hat ja auch immer sehr viel Zeit mit Helen verbracht. Und das ist eben eine weitere Theorie, dass Claire ihr das Leben genommen hat, um diesen ganzen Stress und diese ganze Arbeit einfach von allen zu nehmen. Was davon wirklich stimmt, wissen wir bis heute nicht. Claire hat nie wirklich irgendwas zu dem Fall gesagt. Vielleicht wird sie irgendwann aussagen und uns erklären, was passiert ist. Doch bis jetzt bleibt alles erstmal ungeklärt. Und ich bin sehr gespannt, wie der Fall enden wird. Und das war es auch schon mit dem Video, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. War einfach mal so ein Fall, der eben relativ aktuell ist. Und ich wollte schon sehr lange darüber sprechen. Ich habe mal auf TikTok darüber gesprochen. Und sehr viele Leute fanden es sehr interessant. Deswegen dachte ich mir, hey, vielleicht findet ihr das hier auf YouTube auch sehr cool. Ja, wie auch immer, das war es mit einem weiteren True Crime Fall. Wenn ihr natürlich weitere True Crime Videos sehen möchtet oder allgemein irgendeinen Fall kennt, wo ihr denkt, Dennis, du musst unbedingt davon erzählen. Wir wollen wissen, was dort wirklich passiert ist. Dann schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich liebe euch über alles. Bleibt gesund. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Kanal sehr gerne abonnieren. Wir sind so kurz vor 200.000 Abonnenten, was absolut geisteskrank ist. Und ich kriege das einfach nicht in meinen Kopf. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle natürlich wieder bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken. Vor allem die Patrons der Stufe 2 und 3. Und das wären Bibi-Spooky-Gamer-Girl, BK201, Caroline, Crowrina, CX-Sensor, Gülgün, Heiner, Schade, Major Kai, Patrick & Jenny 2017, Pyrojan, 95, Sodi, 92, Anna, Tombi27, Jakobi, Torsten Hocklas, Ali Okdo, Angelina R., Babsi Butterfly, Daniel, Dust, Mariechen, Degier, Degier85, Ella, Enger, Fabienne, Janitza Wirsching, GoHard, Hassan, Fidan, Yannick, Peters, Jenny Do, Joanne M., Joel Schnell, Juna Daluna, Kai, Kim S., KK, 1987, KuRapka, Lea, Mandy172, Markus Pyrasch, Matthias H.M., Max, Meier5000, MiraJane, NecroV1, Oxy, Passi, Philipp Hershey, Release, Sangis Angelus, Sina Beck, Struppel H., Susi Nowakowitsch, Thiago, Fernandes, X, Luis, Victor, Xenia und Zephi Rau, VTuber. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wie auch immer, vielen Dank für alles. Ihr seid die... Ihr seid die Besten. Ciao, ciao. Junge, Junge. Tschüss.